Also ich möchte auch noch mal ganz kurz zusammenfassen, dass ich das Projekt von euch wirklich sehr interessant fand. Es gibt auch Parallelen zu meinem, deswegen habe ich auch wirklich was gelernt. Also schon mal danke, dass ich daran teilnehmen durfte. Und ich habe jetzt erstmal eine ganz allgemeine Frage. Und zwar, was habt ihr bei dem Projekt gelernt, beziehungsweise was könnt ihr vielleicht auch für andere Bereiche im Studium mitnehmen? Dadurch, dass der Server mit dem Spielleben 24-7 lief, hatten wir die Möglichkeit, immer auf einer Welt arbeiten zu können, die synchron mit einem anderen gelaufen ist. Und das war wichtig, dass man sich dann eben ausgetauscht hat, vielleicht dann auch mal irgendwie Tage gefunden hat, wo man miteinander reden konnte. Bei mir war das zum Beispiel so, ich habe das mit dem Zugverkehr eben ausgiebig probiert und dann einfach Quill und Mareike ein kurzes Selten zu geben. So funktioniert das nicht. Ich bin mit meinem Latein damit am Ende. Habt ihr vielleicht noch eine Idee, wie wir das vielleicht hinbiegen können? Auch ein bisschen auf den Zeitplan basiert gucken, mit anderen Veranstaltungen unter allen gut bekommen. Ja, das war so etwas für mich, das Wichtigste. Ja, bei mir war es vor allem die Teamarbeit, dass man wieder gemerkt hat, dass es wichtig ist, dass Teamarbeit so besteht, dass wenn jemand nicht so viel Ahnung hat, damit beziehe ich mich, dass kompensiert werden kann von den anderen Teammitgliedern und somit doch zu einem guten Ergebnis kommen kann. Was für mich dieses Projekt lerntechnisch bedeutet hat, ist, dass man deutlich an einen Punkt gekommen ist, wo man realisieren konnte, dass es gerade in der logistischen Optimierung nicht diesen einen richtigen Lösungsansatz gibt. Gerade, dass viele Spieler ihre eigene Meinung, ihre eigenen Ausführungen online zusammentragen, findet man immer etwas Neues. Es lässt sich immer etwas optimieren oder anders angehen und mit jeder technischen Errungenschaft, die wir ja auch in Zukunft in der Realität noch erleben dürfen, sich das ganze Konzept wieder ändern kann oder über den Haufen geworfen wird. Gerade dieses Zusammentragen von Informationen und das Betrachten vieler verschiedener Ansichten, um dann zu seiner eigenen Meinung zu kommen, ist etwas, was für mich nochmal deutlich klar geworden ist und auch sehr wichtig ist, dass diese Möglichkeit besteht und diese Möglichkeit auch ausnutzt. Nächste Frage wäre allgemein, wie seid ihr mit der Aufgabenstellung zurechtgekommen und wie seid ihr an die Aufgabe rangegangen? Es war ja schon eine Transferaufgabe, die mit diesem normalen Spielverlauf im Faktorio nicht direkt zu tun hatte. Wir haben erstmal das ganze Thema uns theoretisch angeschaut, haben dann erstmal geguckt, was sind Bestellpolitiken, wie werden die angewandt, wie werden die quasi von Firmen angewandt, welche Möglichkeiten bieten diese. Dann haben wir natürlich das Spiel erstmal durchgespielt, um auch einfach das Ganze zu verstehen, weil es ja unendlich viele Möglichkeiten gibt und unglaublich viele Bausteine, die in Verbindung miteinander sehr viel bewirken können. Nachdem sich so der erste Staub gelegt hatte, die erste Wüste quasi planiert war mit unserer Verbauungsfläche, haben wir dann einfach mal ein bisschen rumprobiert, uns quasi ausgespielt, so Sandkasten-mäßig geschaut, dass wir von allen Sachen genug produzieren, weil das einfach so ein bisschen der spielerische Ehrgeiz war, einfach das Ganze nicht in einem Editor zu spielen, sondern wirklich zu sagen, hey, das haben wir alles so funktional aufgebaut, dass wir alle Materialien bei uns im Hinterhof liegen haben und damit quasi rumwerken können. Genau, und dann einfach wirklich auch mit den Kombinatoren versucht, die Aufgabe einfach zu bewerkstelligen, irgendwie viel mit recherchiert und meines Erachtens nach war die Aufgabe alles in allem wirklich machbar. Sie war zwar am Anfang sehr groß und gewaltig, fand ich, aber umso weiter wir uns dann durch diesen Dschungel durchgearbeitet hatten und das Spiel auch mehr oder weniger flüssiger von der Hand ging, die ganzen Tastenkombinationen dann irgendwann drin waren, umso einfacher wurde es dann. Und irgendwann wurden dann auch die Möglichkeiten sichtbarer und man hat ja dann doch vielleicht das ein oder andere noch in den Kopf bekommen, was man ganz am Anfang, als man das Spiel gestartet hatte, vielleicht noch nicht im Hintergrund. Herr Wölk und ich haben ja auch noch ein Projekt, das sich ein bisschen darauf ausrichtet, wie in Factorio Elemente der Automatisierung dargestellt werden können. Und die Frage ist jetzt mal einfach eure Einschätzung. Wie seht ihr das? Denkt ihr, diese Elemente können gut dargestellt werden oder denkt ihr, nee, unmöglich, was macht ihr da? Auf jeden Fall können die Objekte gut dargestellt werden und vor allem durch die und oder not Schaltung kann man parallel zu Prozess und Automatisierung zu dem Fach. Es ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung, wenn nicht sogar schon durch das Spielerische schon fast besser verständlich und demnach auch macht es mehr Spaß. Dazu kommt auch noch, dass wenn man mit mehreren Leuten, wie jetzt wir auf einem Server gearbeitet haben, dass dazu noch der Teamgeist mehr unterstützt wird, weil man doch viele Sachen zusammen erledigen kann. Also, dass man das Spiel quasi von nahezu überall spielen kann, während wir in Prozess und Automatisierung, die immer an den speziellen PCs sitzen mussten, festgelegte Termine hatten und dadurch entsteht eine gewisse Flexibilität, die, finde ich, ganz, ganz interessant ist, weil man dann einfach auch mal nachts um eins, wenn man gerade noch einen Einfall hat und am Rechner sitzt, Faktorio schnell starten kann. Dadurch, dass das Spiel auch sehr ressourcenarm ist und bei mir auf diversen Rechnern gelaufen ist, war das dann halt wirklich einfach immer eine Möglichkeit, um schnell irgendwas zu testen. Man musste nicht erst in die Uni und irgendwie ein spezielles Programm aufrufen, was nur mit hochgezüchteten Rechnern geht und ja, das denke ich, ist ein grundlegender Vorteil. Ja, gerade das parallele Arbeiten, weil so wie eben in der Vorlesung, die wir an der Uni hatten, waren wir zwar auch in Zweiergruppen aufgeteilt, aber es war letztendlich immer nur einer, der vor dem Bildschirm saß und die Aktion ausgeführt hat. Und hier kann einfach jeder parallel seine Ideen verwirklichen, einwerfen, dem anderen zeigen, erklären. Und meiner Meinung nach ist das Erklären von etwas für andere immer das, was einem das meiste Eigenverständnis am Ende liefert, weil es beweist, dass man es selber verstanden hat und dazu beiträgt, dass es jemand anders versteht. In dieser spielerischen Umgebung, finde ich, fällt das nochmal deutlich leichter, weil man keine Wörter hat, die man auf einem Bildschirm sieht, sondern Objekte hat, denen man eine Funktion zuordnen kann. So zusammenfassend hat man bei dem Projekt neben den fachlichen Aspekten und neben der logistischen Aufgabenstellung eben auch Aspekte im Projektmanagement, die Teamarbeit und eben zudem auch die technische Funktion in die Richtung einiges mitnehmen können. Konklinik Konklinik